Wir packen heute die Bestellung von Justin. Einmal Takis Blue Heat, zweimal Takis Blue Heat. Aktuell im Angebot für 4,50 Euro im Shop. Einmal Slabs Mix, zweites Mal Slabs Mix. Einmal Slabs Blue, zweites Mal Slabs Blue. Hot Chip Challenge, Hot Chip Challenge Nummer 2. Sour Patch Kids Extreme, natürlich ebenfalls zweimal. Pocky's Schokobanana, zweimal. Pocky's Strawberry, ebenfalls zweimal. Harry Potter Jelly Beans, Harry Potter Jelly Beans 2. Lieber Justin, vielen Dank für deine Bestellung. Und wenn ihr auch was wollt, ist es nicht so gut.